Kümmer dich einfach um den verdammten Tresor und überlass mir den Rest. Diesmal arbeiten wir mit Profis. Und Profis fliehen in einem Helikopter. Ich hab mit meinem Chef geredet. Der will dich nächste Woche sehen. Sau geil, danke Papa. Also ich will jedenfalls raus sein. In die Welt. Ja. Still craving your kids. I'm longing to linger till dawn dear. Machst du das beruflich? Ähm, ja, also ich studier. Cool. Ich studier Jus. Wann bist du dran? Äh, ich sing nicht. Tief in der Sahara auf einen Promedara ritt ein deutscher Forscher durch den Dasselhain. Paul, hör auf. Was soll das? Du bist echt ne gute Lehrerin. Also verarschen kann er mich selber. Und dann ruft der Typ zu mir rüber. Hey, stopp! Stopp! Die Alte ist meine Großmutter. Ja, ähm, also was ich dich fragen wollte ist, ähm... Um's kurz zu machen. Ich war auf dieser Party von meiner gesteuerten Mutter. Hab ein bisschen was getrunken und irgendeinen Scheiß eingeworfen und... Boom! Blackout. Kennst du die, der Wohner? Hier lebt schon lange keiner mehr. Seit den 70ern. Der geht ja nicht mal. Das ist, damit man nicht so viel am Computer hängt. Alles klar? Ja. Sehr hübsch. Das Sofa. Das ist sehr hübsch. Ich muss leider weiter. Ähm, ich bin übrigens Sven. Hat mich gefreut. Tschüss. Ähm, das waren auch die Eltern von hier und hier.